Ihr wollt einen Solo-Money-Glitch? Jetzt habt ihr einen Solo-Money-Glitch in GTA Online! Aber vor dem Video anfangen würde ich dir schon einen fetten Like fürs Video dazu lassen und für die, die noch nicht abonniert haben, abonniert jetzt was wirklich die krassesten Glitches in GTA Online. Aber ich fange einfach mal an. Was braucht ihr denn für diesen ultra krassen Solo-Money-Glitch? Naja, ihr braucht hier eine Arena. In der Arena braucht ihr auch den Bennys Mechaniker, das ist hier auch sehr wichtig. Davon abgesehen braucht ihr für diesen Glitch auch ein Fahrzeug, was ihr gerne duplizieren möchtet. Mein Tipp, nehmt ein Easy aus der Arena in der Zukunftsschock-Variante, der bringt bei solchen Glitches einfach am meisten und das ist Fakt Leute. Davon abgesehen muss das Fahrzeug, was ihr duplizieren wollt, auch ein persönliches Kennzeichen haben. Als nächstes braucht ihr auch in der Arena ein ganz bestimmtes Motorrad, das Motorrad nennt sich Pegassi FCR 1000. Dieses Motorrad findet ihr auf der Bennys Seite und ja Leute, dieses Motorrad darf noch nicht in der Bennys Version umgerüstet worden sein. Ihr wollt das in einer originalen Version. Und das Motorrad und das Fahrzeug, was ihr duplizieren wollt, müssen in der selben Ebene stehen. Das ist auch tatsächlich sehr wichtig. Und zu guter Letzt, klar, ihr braucht auch Fahrzeuge, die bei diesem Glitch verloren gehen können. Also mein Tipp, nehmt einen kostenlosen LNG, denn pro LNG könnt ihr euch ein Fahrzeug duplizieren. Habt ihr das Ganze sehr gut, dann könnt ihr mit dem Glitch anfangen. Denn als erstes sind wir hier in einer GTA Online-Sitzung. Mein Tipp geht in eine öffentliche Sitzung, da funktioniert das Ganze generell besser. Gut, seid ihr jetzt hier in der Arena angekommen, dann steigen wir jetzt hier aufs Motorrad drauf und drücken jetzt hier die rechte Falltaste. Sind wir jetzt hier in der Tuning Garage angekommen mit dem Motorrad, dann gehen wir hier einfach auf Aufrüsten und dann drücken wir nochmal auf den Preis. Denn dann haben wir oben die Meldung, bist du sicher, dass das Ganze umrüsten möchtest? Und Leute, ich würde euch hier wirklich nicht anlügen, jetzt kommt der Timing Part. Und der Timing Part ist nicht leicht, nein, der Timing Part ist wirklich absolut schwer. Und dann kam Rockstar Games und meinte, diesen Verglitsch Part zu patchen und haben es tatsächlich jetzt einfacher gemacht als ins Feuer war. Ja, ohne Scheiß, Leute, das Verglitschen ist jetzt einfacher geworden. Und das zeige ich euch jetzt, wie es geht. Naja, wenn ihr jetzt genau an dieser Stelle seid, wo ihr die Meldung habt mit Aufrüsten, dann müsst ihr jetzt, um das Timing zu schaffen, das Ding aufzurüsten und sofort die Playstation-Taste gedrückt halten bei PS5. Bei PS4 ist doppelte Playstation-Taste, denn ihr müsst ins Playstation-Menü kommen. Und wenn ihr im Playstation-Menü seid, geht ihr wieder zurück und schaut, ob es geklappt hat. So, in meinem Fall hat es jetzt nicht geklappt, bedeutet, ich versuche es direkt noch einmal. Hab oben die Meldung, ob man sicher ist, dass du es jetzt wirklich aufrüsten möchtest, bestätigt das Ganze jetzt mit X. Sofort die Playstation-Taste gedrückt halten, bin im Playstation-Menü. Und hat es auch wieder nicht geklappt, aber Leute, versucht es einfach direkt noch einmal. Und by the way, Leute, falls euch irgendwann das Geld ausgegangen ist und ja, Leute, bei jedem Fehl-Try kriegt ihr Geld abgezogen, dann kappt euer Internet. Solange ihr im Tuning-Menü seid, dann wird euch auch kein reales Geld abgezogen und durch das Internet-Kappen bekommt es alles wieder zurück. Gut, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt den Part, wo es bei mir funktioniert hat. Das bedeutet, wir sind jetzt hier wieder im Tuning-Menü, haben wieder die Meldung, bist du sicher, dass du es aufrüsten möchtest, drücken jetzt X sofort die Playstation-Taste, drücken jetzt ins Playstation-Menü, kommen, gehen wieder zurück und bam, da ist es. Das Motorrad ist aufgerüstet, haben aber noch die Meldung oben, dass es noch aufrüsten können. Um das Ganze zu beenden, würde ich sagen, gehe ich mal wieder zurück. Und Leute, ihr seid jetzt verglitscht für diesen Glitsch. Was müsst ihr jetzt einfach tun? Naja, das Motorrad muss jetzt verschwinden. Das bedeutet, ihr spamt jetzt wirklich einfach nur X durch. Das ist so gesehen, dass ihr es nochmal kauft. Und wenn alles funktioniert, Leute, solltet ihr zu Fuß bauen und das Motorrad ist komplett aus Arena verschwunden. Ist unsichtbar, ist irgendwie weg. Genau so soll es sein. Denn jetzt können wir einfach zum Duplizieren gehen. Denn zum Duplizieren gehen wir jetzt einfach hier zum blauen Kreis. Sind wir jetzt in diesem Menü drin, dann parken wir das Fahrzeug, was wir duplizieren möchten, um mit einem Elegy. Ihr werdet merken, dass sich das Ganze im Menü zwar geändert hat, aber in der Garage hat sich nichts bewegt. Und so soll es sein. Denn jetzt gehen wir aus dem Menü wieder raus und steigen das Fahrzeug ein, was wir uns duplizieren wollen und ändern irgendwas in der Tuning Garage um. Es ist völlig egal, was hier ändert. Hauptsache irgendwas mal geändert. Gut, habt ihr was geändert, dann geht ihr einfach wieder zurück zur Garage. Denn jetzt ist euer Fahrzeug dupliziert. Wie gesagt, in der Garage seht ihr es nicht, aber wenn ihr jetzt wieder in den blauen Kreis reingeht, Denn ihr werdet merken, dass der Elegy komplett verschwunden ist und euer Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, naja, was heißt wolltet, ist jetzt dupliziert. Und das Ganze könnt ihr jetzt einfach wirklich weitermachen. Das bedeutet, ihr packt jetzt natürlich wieder das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, um mit einem Elegy. Dann steigt ihr wieder in das Fahrzeug ein, was ihr euch duplizieren wollt, geht in die Werkstatt, tunt irgendwas um, kommt wieder zurück und so weiter und so fort. Und Leute, ganz wichtig, weil es vielleicht ein bisschen verwirrend sein kann, mit den ganzen Hin und Her parken, ihr steigt bei diesem Glutsch immer nur in das Fahrzeug ein, was ihr euch duplizieren wollt und tunet da irgendwas um. Nie bei einem Elegy, denkt dran. Und Leute, ein kleiner Bonus-Fact. Falls ihr in anderen Ebenen auch noch irgendwelche Elegies zur Verfügung habt, dann könnt ihr tatsächlich auch da irgendwas umparken. Denn das geht tatsächlich, dass ihr garagenübergreifend umparken könnt. Dafür müsst ihr einfach nur euer Fahrzeug auswahl, was ihr euch duplizieren wollt und drückt dann Viereck. Dadurch habt ihr die Menüauswahl in verschiedenen Garagenebenen und könnt so weit mehr als 25 Kopien machen pro Glitchdurchlauf. Und das ist krass heftig. Aber gut, sagen wir einfach mal, wir hätten jetzt zu Ende geglitscht und wären jetzt ready. Wie kriegen wir jetzt die Fahrzeuge sichtbar, die wir dupliziert haben? Naja, eigentlich ganz einfach, ihr wechselt die Sitzung. Ja, mehr müsst ihr nicht tun. Ihr wechselt einfach die Sitzung und ihr werdet merken in der neuen Sitzung, dass jetzt die ganzen Fahrzeuge sichtbar sind, die ihr dupliziert habt. Wie geil ist das denn? Und die große Frage natürlich, was bringt es hier so ein Duplikat? Naja, in meinem Fall bringt mein Duplikat ca. 1,5 Millionen GTA-Dollars. Aber was ich dazu sagen muss, mein Fahrzeug ist nicht komplett maxout aufgetunt, denn das könnten sogar bis zu 1,8 Millionen sein. Deswegen Leute, haltet euch rein, macht diesen krassen Zone-Money-Glitch.